Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel Boxes, mein Name ist Rafa und ich freue mich, dass ihr zu einem weiteren Video eingeschaltet habt. Pokémon 151 gehört zu den geilsten Sets der vergangenen Jahre, egal ob auf Japanisch, auf Englisch oder auf Deutsch. Wir haben die coolste, meiner Meinung nach, Generation in diesem Set mit inbegriffen, die allererste rund um Glurak, rund um Turtog, rund um Bisaflor. Von daher ein richtig, richtig nostalgisches Set. Ich glaube fest daran, dass alle Produkte von Pokémon 151, aber besonders die beliebten Produkte wie die ETB, wie die Booster Bundles, wie das Minitin Display oder aber auch die UPC in den kommenden Jahren sich sehr gut im Preis entwickeln werden. Ich habe euch in den vergangenen Tagen schon mal davon berichtet, dass nochmal letzte Restocks von den Produkten auf den Markt kommen und Stand jetzt kann es sein, dass es im Anschluss keine weiteren Pokémon 151 Produkte mehr geben wird. Ob es tatsächlich so kommen wird, steht auf einem ganz anderen Blatt. Hier und da versucht man wieder, immer wieder an gute Angebote dran zu kommen und den ein oder anderen Schnapper bei diesen besonders beliebten Produkten zu machen. Und ein sehr, sehr gutes Angebot ist mir gestern beim Stöbern durchs Netz aufgefallen. Und dieses Angebot will ich euch heute zeigen, damit auch ihr überlegen könnt, ob ihr denn dort zuschlagen wollt. Denn ihr habt die Möglichkeit, die UPC von Pokémon 151 aktuell für 97,50 Euro einzukaufen. Wo? Das zeige ich euch im heutigen Video. Und hier haben wir das schöne Angebot auch schon. Ich glaube, es ist das allererste Mal, dass ich den Shop Kofuku hier in den Raum werfe. Dies ist keine Werbung. Ich werde dafür nicht bezahlt. Wie ihr es von meinem Channel kennt, zeige ich einfach nur immer wieder gerne auch gute Angebote bei anderen Händlern. Und dieses Angebot ist meiner Meinung nach definitiv ein gutes. Denn ihr habt hier die Möglichkeit, zwei englische UPCs einzukaufen und darüber hinaus noch eine Box von Celebrations zu bekommen. Das wird nach Zufallsprinzip ausgewählt. Entweder die Dark Silvium Box oder die Box von Lance Charizard zu einem Preis von 229,99 Euro. Hier kommen nochmal Versandkosten dazu, sodass ihr am Ende bei einem Gesamtpreis von 234,98 Euro liegen würdet. Lasst uns doch mal schauen, was diese Boxen jeweils auf Cardmarket kosten und wie ich denn am Ende dann auf die 97,50 Euro pro UPC komme. Die 151 Ultra Premium Collection kostet auf Cardmarket aus Deutschland auf Englisch 108,99 Euro. Auch hier kommen Versandkosten nochmal hinzu, sodass ihr hier definitiv bei Kofuku bei einem richtig guten Angebot seid. Insbesondere, wenn man sich mal anschaut, was denn diese Celebrations Boxen kosten. Denn diese Dark Silvium Box würde ich hier ungefähr auf 30 Euro beziffern. 30 bis 35 Euro. Lasst uns mal hier mit 35 Euro rechnen, weil es nur noch eine für 32,50 Euro gibt. Und die Lance Charizard V-Box kostet ungefähr 40 bis 45 Euro. Hier können wir mal gerne die 40 Euro ansetzen. Wie kommen wir nun auf die 97,50 Euro? Man könnte sich ja jetzt ein solches Bundle kaufen und würde 235 Euro bezahlen. Bekommt man die Dark Silvium Box ausgeliefert, hätte man hier einen Gegenwert von 35 Euro. Tendenz steigend, weil die Boxen ja auch immer teurer werden, sodass mich beide OPCs ja pro OPC nur noch 100 Euro kosten würden. Bekommt man die Box von Lance Charizard V ausgeliefert, hätte man ja einen Preis von 40 Euro. Tendenz steigend, weil auch diese Box ja immer teurer wird. Und hätte dann einen Durchschnittseinkaufspreis pro OPC von 97,50 Euro. Und das auch schon mit Versandkosten inbegriffen und hätte also hier die Chance, aktuell bei einer 1,51 UPC für unter 100 Euro zuzuschlagen. Das ist meiner Meinung nach ein richtig guter Preis. Insbesondere, wenn wir uns mal anschauen, wie viel diese Box aktuell auf Card Market kostet. Hier sind wir, wie gesagt, schon bei 109 Euro, sodass ich definitiv zu diesem Angebot bei Kofuku raten kann. Werfe ich einen Blick auf die Einzelkarten, kann ich es immer noch nicht fassen, welches Set Pokémon hier auf den Markt gebracht hat. Wir haben die coolsten Pokémon, die erste Generation. Ja, wir haben geile Chase-Karten mit dabei, wie hier mit Glurak, mit Zapdos, Arctus, Lavados, mit Bisaflor, mit Turtok und vielen weiteren mehr. Wir haben tolle Illustrationen von Shigishillok, von Bisasam, Bisa-Knosp und von Glumanda und Glutexo. Wir haben Erika mit mehreren Versionen hier am Start. Also ein richtig, richtig starkes Set, wo ich extrem von überzeugt bin, dass dieses in Zukunft super gut performen wird. Das war es auch schon mit dem heutigen Video und meinem Hinweis an euch, wie ihr nochmal günstig an die 151 Ultra Premium Collection herankommen könnt. Klar nimmt sie ein wenig Platz weg. Sie ist größer als viele andere Produkte. Trotzdem glaube ich, ist es ein richtig starkes Produkt, welches sich in den kommenden Jahren sehr, sehr gut im Preis entwickeln kann. Wir reden hier auch nicht darüber, zig Hunderte davon einzukaufen, aber wenn man eine, zwei, drei, vier vielleicht für sich selbst beiseite legt, kann das glaube ich ein richtig gutes Investment in den kommenden Jahren werden. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr zu dem Preis sagt, was ihr zum Produkt sagt und wie ihr Pokémon 151 im Generellen findet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, dass ihr keinen weiteren Content mehr verpasst und immer wieder auch über Deals informiert werdet. Von daher bis bald. Ciao, ciao.